Sooo! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... Oh, was ist das? Lamina? Ne, ich habe ja... Es juckt vorne ganz holl die Zunge ein bisschen. Das fühlt sich voll mehr so schnell ans Penis. Danger! Do not enter Death Mountain without the King's permission, würde ich mal sagen. Ha, you can tell me what to do. Oh, okay, hallo. So, hi. Komma! Ey, Bitch! Na, die freuen sich noch ziemlich wohl. Guck mal, jetzt hauen sie einfach ab. Schlanken. Ganz billige. So, jetzt habe ich 18. Wir waren noch bei 380, glaube ich. Oh, hier ist noch eine. Dafür wieder zu den geilen Wald. Mit den Trollföhren. Ach, hier gab es auch einen Ausgang, cool. Ja, der Wald hat echt die meisten Ausgänge, glaube ich. Mit der Eingänge und gleichzeitig auch noch. Mit ganz echt überall rein. He, 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 he. Morgen geht auch. Morgen. Na ja, das kann natürlich passieren, wenn man zwei ficken will. Oh, guck mal, ich will probieren. Ja, guck mal, eine Bombe. Ha, okay. Dachtest wohl, ja? Na? So schön. Na, wieder ein Steinhauchen. Oh, na gut. Oh. Sollst du erst mal schlafen? Ja, mach ich gleich. Okay. So, dann gehen wir halt zuerst in die Wüste. Weil irgendwie kann ich da ja auch zu dem anderen Dings noch nicht so wirklich hin. Nö, da war ja dieser dicke Felsen da. So, einfach nach Süden verlassen und dann bin ich quasi da. Ja, Norden sind aus dem Besten. Das war schon mal kompliziert. Da war noch eine Wand. Das war ein Baum. Ach, am Arsch. Dein Arsch. Hallo? Ich glaube, das ist wer. Ja. Erinnerst du dich, Steffen? Ja. Unsere Freunde. Okay, da komm ich gar nicht weiter. Das ist natürlich blöd. Na, dann schauen wir noch mal auf dein Map. Die Map sagt alles. Die Map sagt, ich muss da lang. Rechts. Offenbar. Sag die Map. Hä? Oh, rechts. Ja, rechts. Gut, dass wir das geklärt haben. Das war mir sehr wichtig persönlich. Ups, wieder eine Wand. Ne, Bäume in dem Fall, aber Baumwand kann man auch wohl sagen. Boah. Einer. Und da setze ich langs oder rechts von dir. Oh, Scheiße. Ehhhh, links? Nein. Ey, das ist richtig. Von mir aus auf jeden Fall. Lass ich durchgehen. Habe ich ihn weggebomst? Nein, da ist er nicht. Da würde ich bomsten. Da ist er wieder da. Tada! Willkommen zurück. Ist da gerade eine Rechwickler draußen? Ja. Das ist auch gerade in einem Müllton nach Rehrasten. Okay. Steffen, warum suchst du deinen Müllton nach Rehrasten? Weil... Hat er schon längst welche gefunden? Nein, weil er deine schon längst hat. Er steht manchmal auch auf ein bisschen abgelaufen und hau dich nicht frisch. Ja. So wie bei Colin halt. Oh geil, da war eine Mine. Da bin ich voll reingelatscht. Ja. Wenigstens muss man das Spiel nicht komplett neu starten, das wäre nervig. Muss man auf die Karte gucken. Karte. So, mach mal Karte groß. Und wo es weiß, wo dein Haus ist? Ja. Dann hätte es auch davon starten können. Okay, das wäre natürlich viel weiter weg gewesen. Dann bist du heftig. Ja? Gut zu wissen. Ja. 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 Und dann geh auf den Strand, Bähne. Denke ich. Und überlege weiter. Strand. 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 Ah ja! Der Strand. Oh oh! What? What? Es ist das Bälle. Schlecht nicht schlecht. Das war voll schlecht. Glückwunsch! Das war er! Hier ist der Magic Und das lustige Ding ist keine Ahnung Ich hab keine Ahnung wo ich bin Ah! Ja! Da ist mein Haus. Kann ich mich in meinem Haus heilen? Finde ich raus Ja jetzt laufe ich da hin und mir geht gar nicht Wenn das dann kommt, ja? Du könntest es wissen Ja! Weil man dort auch respawnen kann Nö nicht unbedingt. Du hast das auf jeden Fall schon mal eigentlich klar und deutlich gesehen dass da eine Heilungsmöglichkeit besteht Wieso sagst du denn das jetzt? Naja, sonst wär ich da eben gelaufen Sonst wär ich da eben gelaufen Wär so hin gelaufen, wenn dir gesagt hätte, man kann sich doch nicht heilen Nee Na das hätte ich ja auch nicht gesagt Ich hätte sonst noch Ui, drei Herzen So wie damals Erstmal die Wand einlaufen So Okay, das hätten wir Das war sehr cool, ja? Gucke hast du das gesehen? Und jetzt wechsle ich München und nochmal Hallo! Weil mir das eben viel zu öde war Das stimmt Ach komm, ich geh jetzt ja viel schneller So, hier waren wir ja noch gar nicht Und ein Erfolg fürs Geländegebiet Irgendwas Na stimmt Er ist jetzt nicht buschig Ja, das stimmt Da komm man nur langsam voran So, der kleine Buschmann hier Warum hieß der Buschmann? Oh Gott, nee das hier ist ein Buschmann Irgendwie voll im Buschmann Na ja, aber der hat früher glaube ich schlimmer Ja, der hat er sich vor Kalei vorleif Was, wenn er zwirbeln will Ja, oder sie anstuhlen muss Oh Na ja, das schwule Okay, das schwule ist glaube ich langsam ziemlich eng Alright, take it, see Okay Ja, ganz witzig der kleine Boah, hast du gesehen wie ich den abgebärrt hab? Genau sowas Na klar Er dance Er fühlt sich grad ein bisschen heftig Dann kriegt der mit einmal so einen ab, ey, ich bin aber aufm Arsch Oder was? Und da berecht er sich Ja, und er drauf was auch Ich stelle vor, wie wir mit dir tanzen Ja, okay Dann steht der Hesen Okay Rubine Immer noch Saphira, aber egal Ne, es war Raktel Das ist ein Rubine Oh, das war natürlich sehr klug Jetzt sind alle wieder respawn Aber egal Ja, das geht auch Aber einmal durchdüsen Denk auch so wortbar Oh, gefickt Aber richtig Oh Ja, reinlaufen sollte man den Gegner nicht Alter Dieser Scheiß Fliegen, ne Gehen wir ja so auf die Eier Oh, der Feuerbomber Oh, da Fassung Doktor Solf So ein kleiner Ausschuss So ein Baby So ein kleiner Ausschuss So ein Baby Oh, bin ich hier jetzt schon wieder? Falsche Richtung Ja Cool, läuft Okay Dann also? Na ja, die grüßt aber noch die ganze Zeit unten Denkst Ja, ich weiß Alter, Mann Das ist ja Alter Warum ist das halt nach rechts gegangen? Weil ich testen wollte, ob du auch aufpasst, Colin Weil du die ganze Zeit nicht aufpasst Oh Cool Und Hier bist du gefistet Yeah Das wäre jetzt kompliziert Ein bisschen, ne Hier denn mit einer Verschwung Ja, dann hättest du jetzt aber voll versagt Oh Zieh keinen Weg Shit Oh Mein Hater Uh Oh Das ist echt gut Das ist echt so ein Klassiker Du hast einen der vielen Möglichkeiten gesehen, wie man in Zelda sterben kann Ich weiß gar nicht, wo es penetranter ist Gut, bei Mario ist es in 3D Hier nicht Der bei Mario gibt's mehr Glücklichkeiten Aber hier sind die Möglichkeiten auch schon fast einflusser Ja Zelda ist in Peace Space Genau Und das haben wir erfahren Ja Das macht das Spiel noch um einiges geiler Weil das einfach so ist Und das fickt halt all die Leute den Arsch Die meinen so Das Spiel ist doch voll doof Und da kommen die ganzen Leute drum Colin hat gerade irgendwie gehauen Die Luft Okay Ja Colin ist mal wieder voll aggressiv Er hat da auch eine Staufrösse Ja genau Immer diese armen Staufrösse Was haben die hier getan? Der ist ja richtig Der hat nur so viel Stau zu erzählen Der hat nur so geschlangen Der hat nur so ein gemeines Arsch Und das immer Fussel quält So also den ganzen Staus nochmal Das war ja nicht sehr viel Ich könnte mal wieder ganz schnell safen Und dann nicht schauen Sicher ist sicher Muss ich ziehen? Ziehen Oh 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 Passt ja ne Oh Oh Und boah ist cool Anscheinend haben wir die Schleuse geöffnet Hm Na hä hä Denk auch noch mal Schau jetzt mit ihr ähm Bisschen Oh die Seinen verschoben Oh das ist zügig ne What? Cool Hat sich voll genommen Fische Fische auch Oh 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 Falt, 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 Falt What? Falt, 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 Falt Pass auf Wer hat so ein Buldiniers reason ich Horngboro macht Na ja Das war echt nicht so geil Oh Woah Oh Oh Dann gieß derばいso ein bisschen Nicht in trocken χ Im trockenen oder so offen trockenlandse Hall Wie ich sie ja volle Einer verpasste hab der bông Der Fisch geht schon ab. Ich will den haben. Ja. Der geht aber auch. Zieh mich her. Am Arsch. Oder ich mach es einfach so. Oh, du hast einen Fisch. Du hast ihn gerade aus dem Bild umgeworfen. Ja, hab ich auch. Ne, da ist er. Er hat einen falschen Tasten. Kann man den da mitfangen? Ja. Nein, kann man nicht. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann ihn wieder freilassen. So fehlt mir jetzt ein Fisch. Der zieht mich ab. Zieh mich, eine B****. Oh, ein Fisch. Nein, mit Kasia kannst du... Okay, was ist okay denn? Ja, ja, wir lernen. Fisch mit in die Wüste. Der arme Fisch. Und der Fisch geht wieder ab. Und da war wieder der kleine Fisch. Ne, lieber doch nicht. So macht er das. Fisch, Fisch, Fisch. Ja, was ist mit dem Fisch? Warum abwegst du den die ganze Zeit? Er ist halt da. Ja, oder ist witzig. Und der macht Klatscher. Ja. Typ! Der dachte sich... Der dachte sich bestimmt genauso. WTF? Was war das jetzt? Wow! Das ist ganz Gras. Was ist das für ein krankes Gras? Es ist so flach und der ist da drin einfach. Der war an der Erde drin. Okay, gut. Dann wurde er dann beim Maulwurf. Der Maulwurf. Wow! Niemals lebt mich um eine kleine Beziehung und der Erde. Der ist die ganze Familie. Oh. Oh. Pay no attention to the average, middle-aged man standing by this sign. Leave me alone. Why did you take my sign? It says plain that I stay to just leave me alone. Please. Lockt er mich jetzt hinterher? Kleift er mich an? Dann bin ich vergewaltigend. Warum hast du auch sein armes Schild rausgezogen? Nein, jetzt habe ich so einen Mitläufer. Kannst du es ihm nur antun. Sein armes Schild. Wird er auch angegriffen? Schade. Das ist dein neuer Freund. Nein. Er will eine Beziehung mit ihm. Oder er geht in die Hüste. Hier ist noch eine Hülle. Er will eine Familie. You can't enter with something telling you. Super, wie lange habe ich den jetzt an der Backe? Tja. Wie magie. Oh gut. With something. Ja, something trifft das recht gut. Ja. Ey, aber dein Freund. Hui. Na? Okay. Na, wir kennen ja die Prozedur schlecht. Und wieder abdüsen. Mhm. Okay, man kann irgendwie nicht schräg sprengen. Dagegen laufen das glaube ich nicht so geil. Guck mal, der ist auch ganz witzig drauf. Wann? Ja. Boah. Frech mit dem Numerang. Oh, nochmal. Oh. Gehst du richtig? Ja. Ey, 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 ey. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das bringt das nicht. Boah. Boah. Okay, der wollte nicht aufhören, obwohl ich losgelassen hatte. Guck mal, guck mal, ich bin ein Toto mit Augen. Mit einem Auge. Irgendwie. Der will auch eine Familie sein. Macht voll Sinn, den. Hm. Okay, dann. Ich glaube, das ist eine Worte falsch ausgesprochen. Oh. Ach ja, Moment. Der Rest war glaube ich... Ah, genau. So. Das ist nicht... Oh, das ist so ein Freund. Na, komm. Wollen wir ein bisschen Liebe machen. Der immer. Boah. Den hast du mit den Busch aber auch ziemlich gefällt. Das ist ja auch ein Tanzer. Die Busch sind echt ein bisschen heftig. So. Das sind die Ober-Ober-POP-Büsche. Ey, guck mal, da liegt irgendwas. Sagen wir das mal ein. Ey, irgendwie nicht. Das sieht irgendwie schon böse aus. Weil es irgendwie so stacheln. Boah. Und seine Stacheln. Boah. Boah. Boah, da ist nichts. Da ist auch nichts mehr. Da komm ich noch nicht dran vorbei. Da ist auch ein Herzteil. Hinsel. 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 Steffen ist voll blöd. Hinsel. 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 Was geht hier ab? Sie wollen mit Kindern. Was geht ab? Sie haben das getan, was sie am besten konnten. Ficken. Hinsel. Achso, ne, da muss ich ja noch rein, ne? Hinsel. Hinsel. Was ist der Arsch? Wasserarsch. Was ist der Arsch? Hinsel. Wie ein Arsch, was ist das denn? Hast du ein Wasserarsch? Trinkst du das immer? Was? Ne, sicher. Hey, die Fische! Fischi! Ja, das sind wir wieder. Fischi! Die gehen niemals schief. So, Wüste also. Ich würde den Fisch mitnehmen. Sprich mal den Typen an. Was war hier in der Höhle drin? Hab ich vergessen. Ach ja. Genau, stimmt. Das hat mich doch dran erinnert. Das war ein Penis heute. Guck mal, ein Oktopus. In der Wüste. Oh, das Ding hat ihn doch. Du kannst ein Ding da reinstecken. Warum habe ich das Gefühl, dass ich mich die ganze Zeit verarsch. Naja, wenn du da in den Dicken reinsteckst, dann funktioniert es vielleicht. Wenn es die Funktion gibt, dann ja. Oder es ist ab. Leeres Glas bei der Wiener. Da ist eine Biele dran. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht, sondern... Kann auch kein Feuer machen. Okay, ich kann das aber auch nicht nehmen. Eine Bombe. Dann verschwende ich eine Bombe. Tja, vielleicht. Kann sie in das Loch reinstecken. Vielleicht aber auch nicht können, ne. Du bist scheiße. Ne, das Loch ist ja da und gleich explodiert sie und das passiert nichts. Oh, du bist ja bestand. Okay. Nein. Nein. Wie, du bist ja? Kommt da her. Du kannst die Kuh jetzt herfahren. Ja, und wie? Tja, das musst du selbst rausfinden. Oh, lass dir fünf. Das ist ein Geheim Kuh. Okay, dann gucke ich mir das jetzt die ganze Zeit an. Aber in der Zwischenzeit, denke ich, beende ich mal die Folge. Die ist auch schon relativ lang wieder. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.